Hallo liebe Zuseherinnen und Zuseher bei einer neuen Ausgabe unseres HT1 Live Talks. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass man die Jugend begeistern kann. Und wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Ich bereite mich gerade auf die südene Leistungssubzeichen vor. Und da können wir so richtig loslegen und spielen. Drittes Jahr! Jungen! Jungen!